Ey, Alter, ich hab voll Hunger. Ich hab voll Bock auf was Süßes. Haben wir noch? Hm. Nee, ehrlich gesagt, ich glaub nicht, aber warte kurz, warte kurz. Das haben wir gleich. Hm. 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 Oh, das riecht schon gut, ne? Ich bin sehr gespannt. Das dauert nicht mehr lang. Oh, ist fertig. Hier, geht das auch? Oh ja, das ist auch fantastisch, danke. Mach Yen. Mach Yen, Matthias color doe aber nicht mehr da. Wir gehen dann direkt zurück. ungkin...